Hey Leute, willkommen zurück auf SPORTBOXX. Ich habe mir jetzt pünktlich zur Rückrunde mal gedacht, machen wir mal ein bisschen was anderes. Ich werde vor dem Bundesligaspieltag immer probieren, meine Tipps abzugeben für den Bundesligaspieltag, euch die Möglichkeit dann geben, das Ganze nochmal irgendwo zu sagen, wie ihr es findet und dann das Ganze irgendwo so ein bisschen gebündelt zusammenzunehmen als Tipp und das einfach online zu tippen. So können wir alle zusammen mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Ich war bis jetzt nicht der Experte dafür und mit Sicherheit nicht bekannt dafür irgendwo gut zu tippen, aber wir probieren es einfach mal. Mal gucken, ob es hinhaut, gucken, ob ihr einen Bock habt, da mitzumachen. 18. Spieltag, was sind meine Tipps? Ich habe mir aufgeschrieben, Wolfsburg gegen Bayern, 1-3 Bayern. Ich werde nur Tendenzen tippen, also auf die Spiele, also ganz klar auf Bayern. Samstag geht es los, Schalke Hannover. Schalke Hannover sehe ich eher Heimsieg für Schalke. Ich habe jetzt auf meinem Zettel stehen, 3-1 für Schalke, bin gespannt, wie ihr das seht. Dann haben wir die Spiele, Mainz gegen Paderborn, da habe ich 0-0 getippt. Freiburg gegen Eintracht Frankfurt habe ich 0-2 getippt, ein Auswärtssieg von Frankfurt. Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach, finde ich eine ganz interessante Partie. Denke ich, dass die Gladbacher sich knapp 1-0 durchsetzen werden. Hamburger SV gegen Köln, der Krisen-HSV, ich glaube sie gewinnen 1-0, mehr Tore schießt der HSV ja sowieso nicht. Dann haben wir das Totspiel, Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und jetzt bin ich ganz besonders gespannt, was sagt ihr dazu? Ich bin der Meinung, der BVB macht das Ding und habe auf meinem Zettel drauf geschrieben, 1-2 für den BVB. Sonntag haben wir dann noch zwei Partien und zwar Werder Bremen gegen Hertha BSC. Hier habe ich einen 3-2 und wie ich auch finde eine interessante Partie, Augsburg gegen Hoffenheim. Augsburg und Hoffenheim sind beide so Mannschaften, die wie ich finde irgendwo so ein bisschen mit Geheimfavoriten sind, auf eine ganz ganz erfolgreiche Saison und bei denen eigentlich immer viel los ist. Deswegen habe ich ein 2-2 getippt. Und das ist mein Roundup des 18. Spieltags. Unten in der Beschreibung habe ich euch nochmal alles hinkopiert, wie ich es sehe. Und dann freue ich mich jetzt darauf, sagt mir, was haltet ihr von den Spielen? Sagt mir, wie seht ihr die Spiele? Ich hoffe, dass ich den Tipps so am Freitag abgeben kann. Vielleicht könnt ihr mich auch noch gleich wissen lassen, mein erstes Gewinnspiel oder mein erstes Tippspiel. Wo kann man ganz gut tippen? Oder woher kriegt man ganz gute Quoten? Lasst es mich hier unten über die Comments wissen. Und dann sehen wir uns mit dem Bundesliga-Spieltag-Rückblick zurück auf Sportbox. Bleibt sportlich, bleibt auf Sportbox! Berlin 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 Vielen Dank.